Ne, mach mal, ich hab jetzt keine Zeit, ich muss jetzt ein Video aufnehmen über eine Toilette. Ja, ja, erzähl ich dir, erzähl ich dir, oh, erzähl ich dir später. Hi Freunde, ich bin Lelkupus Brian und einfach nur Yannick und wir spielen heute ein wundersames Spiel namens Toilet Chronicles. Die Chroniken des Klos. Was soll ich euch sagen? Was sehr interessant ist an diesem Spiel, es gab schon eine Demo, die ziemlich cool war, die ich auf meinem VOD-Kanal gespielt habe. Also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr den noch nicht kennt, da kommen die ganzen Livestreams immer online. Und das ist so ein bisschen Stanley Parable mäßig, dieses Spiel. Und jetzt ist das erste Kapitel draußen und das wollen wir uns natürlich reinfahren. Aber zuallererst können wir Q drücken, wenn uns langweilig ist. Also drücken wir Q. Q steht für Quit. Hätte man sich denken können. Gut, gehen wir rein. New Game. Okay. Guten Morgen. January 2008. Nette Beine, Bro. Hallo? Bomi Games. Alright. Äh, gut. Gut. Nett. Nett auch. You're in the bathroom at a 2008 party. Also das ist das ganze Konstrukt, wo wir uns gerade befinden. Attempt one. Also ihr seht, es wird verschiedene Endings geben, die man erreichen kann. Und ein Ending ist, glaube ich, tatsächlich einfach zu gehen. Aber dafür müssen wir ein bisschen was machen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Kabel. Try F. An dem Kabel? I'm not that stupid to try that again. You killed yourself. Now the mysteries of this place will never be solved. Perfekt, Freunde. Damit haben wir das erste Ending erreicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin. Euer Brain. Ciao. Es kommen halt wirklich Credits. Wie großartig. Ja, wir gehen natürlich noch mal rein. Attempt Nummer 2. The restroom is for your convenience. Keep it clean. Oh, guck mal. Jetzt wurde das sogar hier repariert. Who fixed it? Gute Frage. Try F. Uh. Wasser. Uh. Wasser. Meer Wasser. Wow. I lost my magic marker. Das ist übrigens eine Bebis. Eine gute Bebis. Don't destroy toilets. Ich tu mein Bestes. Do you live in a 3D world? Oh, wow. This is not important for the game. Wo bringt einen der Link hin? Artstation.com. Das bringt den auf das... Man kann Bäume kaufen, die er designt hat auf einer Artstation. Ist das großartig. Ich bin Fan. Toll. Would poop here again? Somebody peed my pants. Somebody? Irgendjemand anders hat seine Hose ange... Eww. We care about our customers. Have you seen this man? This man is in the walkroom. Das ist Kunst. Und das kann nicht weg. Okay. Und hier ist tatsächlich nichts. Try F. Hallo? Looks like someone in there. Someone is destroying a toilet. Hallo? Okay. Gehen wir einfach mal auf Toilette. Wie wär's? Ah. Better lock the door. Besser ist es. Chapter 1. Hand. Okay. Proceed to cry. Das mach ich auch immer auf dem Klo. Ja, bitte. Ja. Klar. Hab ich. Hier. Bitte sehr. I think I can just leave. Na, wenn das so ist. Oh. Make him leave. Mach, dass er verschwindet. Okay. Ähm. Wie? Aber wie? Das ist eine gute Frage. Hier ist eine Uhr. Cue to make it look at you. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Cue schließt das Spiel. Ich mach nicht nochmal diesen Fehler. Nein, nein. Don't leave. What? Don't show them. Wet it. Okay. Wir machen das mal nass. Da oben drüber soll irgendwas sein. Was? They watchen. Haben die gerade meinen Hintern fotografiert? Mein Arsch wurde gerade fotografiert. Das ist mein erstes Nude, was im Internet ist. Hoffe ich. F to shoot. Können wir ihn hier fotografieren? Einmal bitte lächeln, wenn sie gerade kacken. Danke sehr. Ich wünschte, man könnte noch mehr Bilder von sich machen. Hier oben ist ein Van. Müssen wir hier jetzt hin? Hallo? Öffnet der sich? Wahrscheinlich werden irgendwie eine Zeit ablo... Hallo? Do you open? Do you open the... Wow! Als ob... Kill him! Oh, das ist aber nicht gut. Wir hätten hier... The cake is a lie. Ach schön. Wir hätten auf jeden Fall mehr Toilettenpapier. Braucht er zufälligerweise mehr Toilettenpapier? Äh, ich hab Toilettenpapier für dich. Hier, bitte sehr. Sorry. Hier, bitte sehr. Thanks. Kein Problem. Äh, ich hab noch mehr Toilettenpapier für dich. Moment. Ich hab noch mehr. Kein Problem. Bitte sehr. Gerne. Gerne. Geben wir dem jetzt gleich am Ende wirklich tatsächlich auch eine Granate? Ich fühl mich nicht gut dabei. Ich hab noch mehr Toilettenpapier für dich. Gerne. Okay. Ähm. Okay, wir könnten die natürlich hochjagen, aber wir können ihm auch davon erzählen. Weil so geben wir ihm die jetzt nur. Hier. Oh ja. Try blowing up that wall. Welche Wall? Die hier? Wahrscheinlich, oder? Right-click to pull the... Ah! Just pretend that there is a hole and enter the void. Das gab's in der Demo nicht. Chapter 3. Die Axt. Was? Fuck you. The prequel to the movie. Fuck you, excuse me. The sequel to the prequel to the movie. In case of emergency. For yellow doors only. Und hier ist ne Banane. You slipped on a banana peel and died. Gut. Oh, und jetzt werden wir nochmal einmal hier reingehen. Und nicht auf der Banane ausrutschen. Wir tun unser Bestes. Okay. Scary text. Ladies wash a room. Ne 9. I expected pink walls. The worst toilet in Scotland. Warum sind hier so viele Zahlen? What the fo... Hier ist nochmal ne Banane. Bloß aufpassen. Ich möchte nicht nochmal drauf gehen. Aufgrund von ner Banane. Okay. Ach, weil man hier ganz viele Zahlen braucht. Oh wei. Also grün war auf jeden Fall 9. Die haben wir hier ja gesehen. Fällt hier ne rote Zahl irgendwie aus dem Raster? Weil das sind zigtausend rote Zahlen. I don't think, dass wir da irgendeine direkt sehen. Äh, staff only. Oh. Looks like a good place for a DLC. Für ein downloadable Content. Wow. Großklasse. Okay, damit kommen wir durch Türen. Aber nur durch gelbe. Aber welche gelben Türen gibt es denn? Es gibt doch gar keine gelbe Tür. Wow. Okay. Take care of him. Private file was here. Take care of him? Right click to get gnomed. You've been gnomed. Do that again. Wir wurden gerade gegnomed. WUH!